Hallo. Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut am Turnier. Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Sonja. Und wie alt bist du, Sonja? Ich bin neun Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne im British. Hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Ich bin ein einziges Kind. Sehr gut. Welche ist deine Lieblingsfarbe, Sonja? Meine Lieblingsfarbe, welche ist Lila. Welches ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist der Hund. Wie ist der Hund? Der Hund ist schlerisch und freundlich. Okay, was isst du gern? Ich esse gern. Schokolade. Wie ist die Schokolade? Die Schokolade ist lecker, aber nicht so gesund. Okay, sehr gut. Was ist heute? Heute ist Freitag. Und wie ist das Wetter? Das Wetter ist kalt. Sehr gut. Sonja, was machst du hier? Ich schlafe eine Stunde. Okay. Ich laufe jeden Tag im Park. Weiter, was machst du? Ich schreibe meine Hausaufgabe. Perfekt, bravo. Was machst du? Ich spiele das Seil. Ja, weiter. Ich spiele mit meinen Spielzeugen. Ja, weiter. Sehr gut. Ich leze ein interessantes Buch. Ja. Und? Ich telefoniere mit meiner Mutter. Sehr gut, Sonja. Perfekt. Tschüss. Tschüss.